Joooooo Joooooo Leute was geht? Mein Name ist Jukotee und Willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale Heute nur ne ganz kurze Folge wollte ich sagen Einige von euch sehen von unten hier bei den neuen Sachen aber das große Ich hab gerade nur gratis so gezogen und ich wollte auch den Golan sparen so, kein Augenblick auf den Vater und ich hab dir einfach den Golan gezogen Leute das geht doch nicht aus ne ausklar das ist natürlich nicht so richtig neu das ist mein Gebäude des wenn ich den Clash Royale Übrigens nicht denken wer das ist ein Clash Royale Ich hab keine Ahnung wie ich mich kennen soll also ich hab das Logo genannt also nicht also nicht nicht dem Juitua Logo sondern das Logo ne ne also nicht dem Juitua Logo sondern das Logo auch egal hat mich einfach befeuert dann aber na egal ja jetzt wenn ich das amit auch von mir dass ich halt prof alles weiß das ist so gewesen weil sie die Gäste und Mathias Stössl keine Ahnung also mein anderes Loch ist voller Mathias Stössl okay egal, dann nehmen wir einfach von diesen Leibnissen ne ganz spannende Folge oh nicht Arena 1, Arena 9 die legendäre Arena das sieht spannend aus ich weiß nicht, weil sie genommen sie sieht auch nicht spannend aus heute oh naja okay mach mal auf Stufe 2 okay, der hat jetzt natürlich den Elexisammel am Start okay ich mach jetzt einen kleinen Durchlauf okay 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 wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder ja das heißt ein neues Video am Spitzel schaltet dann direkt ein und wir sehen uns beim nächsten Video wieder bis dann und tschau